Aufregung um Marco Arnautovic, Spannung vor dem Davis Cup und Begeisterung rund um Marcel Hirscher. Herzlich Willkommen im KRONE-RT Sportstudio. Aufregung gibt es um unseren ÖFB-Teamkapitän Marco Arnautovic. Nach der 0 zu 1 Niederlage in der Nations League gegen Bosnien ist er mit Bosnien Superstar und auch Goldtorschützen Edin Czeko des Nächtens noch unterwegs gewesen. Edin Czeko hat um 3 Uhr früh ein Foto mit Arnautovic gepostet und das mit Bruder unterzeichnet. Die beiden dürften sich also ganz gut verstehen. Andererseits hat er auch sehr positive Seiten. Er sagt Edin Czeko ist ein Bosnierer und Marco Arnautovic hat serbische Wurzeln. Also eigentlich auch eine ganz schöne Verbrüderung. Und auch Teamchef Franco Fauder sitzt relativ entspannt und hat gesagt, um diese Uhrzeit steht Marco nicht mehr unter meiner Verantwortung. Er ist ein erwachsener Mann und weiß was er zu tun hat. Also vielleicht viel Aufregung um nichts. Ich finde auch ganz okay, dass die beiden einmal zusammen ein Gläschen gehoben haben. Dann kommen wir zum nächsten Thema. Am Freitag steht der Davis Cup an Dominic Thiem gegen Australien. Natürlich nicht nur Dominic allein, aber unsere ganze Tennis-Equipe trifft auf den vielfachen Davis Cup-Sieger. Dominic Thiem hat schon trainiert in Graz mit nacktem Oberkörper. Zur Freude einiger weiblicher Fans, die auch am Platz gewesen sind. Er hat mit Tennis Nowak trainiert und da spürt schon das Gräbeln im Bauch. Er freut sich schon wahnsinnig auf diesen Davis Cup und natürlich auch auf Sand spielen zu können. Und vom Sand kommen wir auf den Schnee. Marcel Hirscher trainiert wieder, er war auf dem Piztaler Gletscher auf 3000 Meter Höhe. Er hat die ersten riesen Torlaufschwünge gezogen. Er sagt selber, er freut sich schon sehr und spürt schon wieder den Killer in sich. Und Cheftrainer Andi Puellacher sagt unglaublich, wie der Marcel schon wieder fährt, richtig, richtig schnell. Also das heißt, seine Gegner können sich anschnallen. Was erwartet sie heute noch in der Welt des Sports? Österreichs Basketball-Nationalteam spielt um 18 Uhr gegen Zypern in Schwächert, EM-Vorqualifikation ist das. Und dann haben wir noch die Kletter-WM in Innsbruck, die beginnt schon in den frühen Morgenstunden, geht den ganzen Tag über eine tolle Veranstaltung. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sporttag und bis zum nächsten Mal.